Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Freunde von Selma, der Reporterin. Ja, die Buchtaufe ist abgesagt, natürlich aus verständlichen Gründen. Das Buch ist aber erhältlich im Handel und natürlich auch online. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung, ein Stück heile Welt mit dem Alpsegen. Genießt auch den Frühling und vor allem bleibt gesund. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr auf meiner Webseite und natürlich auch immer in den sozialen Medien.